Jemand will mich ausschalten. Jemand aus dem inneren Kreis. Lorraine. Ein Doppelagent jagt unsere Agenten in Berlin. Ihr Auftrag. Finden Sie heraus, wer das ist. Vergessen Sie nicht. Trauen Sie niemandem. Ihre Kontaktperson ist David Percival. Und wie ist Ihr erster Eindruck gewesen? Dieser ist Toys. Berlin hat eigene Regeln. Ich trau dir keinen Millimeter über den Weg. Du hast mich in ein Wispennest geschickt. Aber das wusstest du, oder? Sie sollten sich lieber anschauen. Die Uhr tickt. Nicht, wenn da ihn trufft. Die Uhr tickt.